Da freut man sich drauf, klar. Es ist ein geiles Auswärtsspiel und wir wollen nach Möglichkeit eben eine gute Leistung zeigen, sodass wir dann auch nach dem Spiel sagen, das war geil. Dass es jetzt halt möglicherweise über 20 werden, ist wirklich eine tolle Unterstützung, die wir da erfahren. Und wie ihr auch mitbekommen habt, sollte es ja einen Fanmarsch geben, der ist von polizeilicher Seite etwas eingeschränkt worden. Also die Fans können sich, jetzt bin ich gespannt, ob ich das richtig ausspreche, am Hammerchöldplatz treffen und haben dann die Möglichkeit zur S-Bahn-Haltestelle Messe Süd zu laufen gemeinsam und werden von da aus geschuttelt. Es wird aber nicht die ursprünglich geplante Route. Ich glaube, wir werden knapp drei Kilometer durch Berlin gegangen bis zum Stadion. Das wird nicht gemacht. Also dieses Stück wird gemeinsam gegangen und dann per S-Bahn-Shuttle zum Stadion. Was vermieden werden soll, und das unbedingt, ist die Nutzung der U-Bahn-Haltestelle Theodor-Heuss-Platz, die sollte vermieden werden. Da wird auch die Polizei eine Absperrung erhalten, weil da in der Nähe wohl der Marsch der Hertha-Fans beginnt. Und da will die Polizei halt vermeiden, dass es da zu Problemen kommen kann, deswegen Theodor-Heuss-Platz bitte auf keinen Fall aussteigen, sondern werden zum Hammerchöldplatz und dann gemeinsam zur Messe Süd und dann mit der S-Bahn zum Stadion. Der ausverkaufte Olympiastadion. Von uns sehr, sehr viele Fans mit dabei. Heiße Phase der Saison. Ich glaube, das Wetter soll auch einigermaßen gut werden. Da freut man sich drauf, klar. Ist ein geiles Auswärtsspiel und wir wollen nach Möglichkeit eben eine gute Leistung zeigen, sodass wir dann auch nach dem Spiel sagen, das war geil. Ich glaube, die Verpflichtung, alles auf dem Platz zu lassen, die haben wir immer. Ich glaube, dass wir die dieses Jahr aber auch immer gezeigt haben. Und natürlich ist es etwas, was uns den Rücken stärkt. Ich glaube, wir haben viele auch schon sehr gute Auswärtsspiele gemacht, was auch immer mit der Unterstützung der Fans zu tun hatte. Trägt uns hier zu Hause in vielen Phasen eines Spiels, trägt uns aber auch auswärts. Und deshalb freuen wir uns über diese Unterstützung, brauchen sie. Und das gibt dem Ganzen sicherlich auch nochmal einen besonderen Rahmen. Wir müssen quasi diesen Rückenwind, den wir auch durch unsere Fans dort erfahren, den müssen wir mit in das Spiel nehmen und von der ersten Minute an alles auf den Platz hauen, um dann eben auch was Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Aber ich gehe davon aus, dass es definitiv eine tolle Atmosphäre sein wird, dass es aber auch ein sehr intensives Spiel wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020